Da fahre ich mit dem Quad rüber, glaube ich. Vorne sieht es so nach Hütte aus, würde ich sagen, oder? Südlich von dir. Ja, da wollte ich jetzt auch hinkucken. Hast du hier die zweite Hütte? Äh... Ne. Südlich von dir. Hier den Fleck da unten. Ja. Auf Höhe von Steffi gerade. Was sinds? Ich denke, welche Schatten mit reingebaked in die Textur. Oh, die drehen sich mit. Oh, was ist das denn? Oh, matschig. Weißt du, was du bist, wenn du da durchläufst? Ein Mudrunner. Ich muss hier rennen. Ich muss hier rennen. Ich bin nochmal nachgeladen, jetzt ist der Revolver wieder normal. Oh, es hat hinter mir geklickt. Grafi. Hörste das? Habe ich eben gehört, ja. Ja, bei mir auch. Jetzt immer noch? Ne. Ne. Okay, ich lad nochmal. Ich muss nochmal schießen. Jetzt kann ich nachladen. Ne. Moment. Der war bei mir. Ne. Doch, ja. Ja. Dann am Ende der Nachladeanimation das letzte Klicken wieder. Das sollten die mal beheben. Ist Reloading so global true? Ist ne Hütte. Nicht gut. Nicht gut.